Konnichiwa Leute, mein Name ist Akito und willkommen bei The Legend of Korra Part 3. Das letzte Mal sind wir bei einem Cliffhanger stehen geblieben, nämlich bei dem riesigen Roboter und dort werden wir auch gleich weitermachen. Und wir spielen jetzt gegen diesen Roboter. Da bist du ja, hallo mein Freund. Ja, very impressive. Uh, oh yeah, nice, das wird lustig. Hup. Daneben. Dich schalte ich aus. Das ist ein lustiger Bosskampf. Hopp, 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 hopp. Counter. Ja. Einfach nur viel Damage machen. Einfach nur viel Damage machen. Nice. Oh, cool. What the fuck? Wow. Ah, ja? You need to stay rooted. If you stand your ground, it might help you the Earth bend again. Okay. Ah, perform four Counter-Attacks. Geht gut. Los. Angriff. Counter-Attack. Genau. Hup. Hup. Daneben. I think I do. Kontern. Let me try again. Okay. Okay, wir kriegen das hin. Ja. Hup. Ausbrechen. Dieser Roboter ist ja easy. Hoppa. Hoppa. Counter. Oh fuck, das ist daneben. Hup. Hoppa. Hallo. Counter. Und weg mit dir. Komm schon. Counter. Und Fett-Damage rein drücken. Sehr gut. Nice. Wir haben Erde. Oh yeah. Gut, wir haben Erde. Damit können wir jetzt ordentlich viel Damage machen. Earthman again. Friss meine Steine. Uh. Hup. Hup. Oh fuck. Hopp. Daneben. Daneben. Friss diese Steine. Boah, er bringt es viel mächtiger. Macht auch viel mehr Damage. Hopp. Hopp. Eins. Zwei. Komm schon. Das kriege ich. Hopp. Daneben. Eins. Oh Gott. Aua. 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 Wäre auch lustig gewesen, wenn ich nicht einmal getroffen worden wäre. Oh Gott. Daneben. Erdbeer-Digen. Friss das Metall-Monster. Oh oh. Warum ist der Rot? Warum springen da Leute raus? Hoppa. Hoppa. Oh oh. Hup. Friss das. Oh Gott. Aua. 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 Chill. Keine Hitakel. Dichter störe ich noch. Upp. Daneben. Oh Gott. Doch nicht daneben. Oh shit. Okay. Elektroschläge kann man nicht aufzweichen. Fuck. Komm her. Komm her. Komm her. Oh Gott. Aua. Aua. Okay. Zurück habe ich eine Revive. Oh Gott. Geh down. Oh mein Gott. Counter. Geh doch down. Und weg mit dir. Oh okay. Das war brutal. Nice. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wohin müssen wir? Okay. Dahin. Na Leute. Der war noch ein guter Bossfight. Ich muss sagen. Ich habe halt schon gegen diesen Boss gekämpft. Aber sorry. Es hat halt nicht aufgenommen. Genau. Weißt du das Army davon, dass ihr diesen Roboter habt? Geht ja alles das Army. Falls ihr die Story kennt. Ihr wisst, dass es die. Ist wie diese viermal leitet. Diese Roboter produziert. Erdbedingend level up. Level 5. Sage ich doch. Ich habe schon längst das weiter gemacht. Nur weil es nicht aufgenommen hat. Deswegen ist mein erdbedingend schon auf level 5. Und wenn er erdbedingend extrem gerne mal extrem viel Damage macht. Zwar ist es langsamer als wasserbändigen. Aber es ist extrem effektiv im Nahkampf. Und gegen diese Mega Tanks oder diese riesige Roboter da. Es ist ziemlich effektiv. Gut. Das nennt mich so sehr an alte Games. So ein Plästchen 1 Games. Plästchen 2 Games. Oh oh. Was war das? Oh fuck. Du. Wasserbändigen. Und Wasserbändigen ist auch ein Level. Nice. Level 5. Und Wasserbändigen ist halt gut für den Fernkampf. Das merkt ihr glaube ich auch schon. So. Hier rauf. Hier rauf. Dahin. Nein. Nein. Nicht runterfallen. Da. Oh komm schon. Dahin. Dahin. Oh komm schon. Warum rutsche ich ab? Warum falle ich runter? Geh. Komm. Bin ich zu blöd dafür? Ja. Ja. Nein. Gut. Hallo. Oh komm schon. Ah. Fuck. Fuck. Leute. Leute. Ich schaffe es gegen einen riesigen Roboter zu kämpfen. Aber nicht dieses Springen. Komm schon. Ah fuck. Fuck. Ich schaff das. Ah fuck it. Okay. Scheiß. Was. What the fuck. Natürlich. Männer in Masken sind auch sexy. Wurde zwar nicht. Okay. More glowing barriers. Und zerstört. Yep. Zerstören wir mal alte Stände mit dem wir Punkte bekommen. Ja genau. Keine Wunder. Also das ist. Oh. Ich bin ernst. Das war fies. Der hat mich wo angehittet. Nicht auf Wasser bändigen. So. Hier ist er. Hier ist er auf Fernkampf. Und hier ist mehr Nahkampf. Und ich habe kein Wasserzeichen. Keine Luft bändigen. Boop. Oh boom. Stein runter. Oh cool. Breakdance haben wir auch noch. Counter. Ich habe übrigens eine geile. Oh fuck. Übrigens eine geile Kombo herausgefunden. Das hier. Und runter. Okay. Moment. Wer pisse ich doch. Stein runter. Bam. Back. Und weg. Ist noch einer übrig? War das alle? Substan alle. So. Ich kriege aber jetzt viele Heelpots. Das ist schon mal gut. Stop. Oh nö. Wasser bändigen. Hopp. Ziel befassen. Komm schon. Ausweichen. Ausweichen. Hopp. Aua. Daneben. Genau. Und noch der letzte. Hopp. Weg. Hier tut mir irgendwie leid, dass ihr in diese Klippe da runterfallen. Also eigentlich dieser Schlucht. Ach komm schon. Ich wecke da einfach zwischen den Kampfstilen. Erde. Wasser. Gut. So sind wir jetzt auf Erde. Haben wir sie? Ja. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Hopp. Da. Das war knapp. Das war knapp. Oh hallo. Boom. Weg mit dem. So. Den ignorieren wir mal. Dann gibt es keinen Bock. Danke. Okay. Oh cool. Ein Fisch. Den wollte ich schon immer haben. Was ist hier? Ein Auto. Und weg ist der. Erdbending ist so viel stärker als Wasserbending. Das ist unglaublich. Und die Triaden wieder. Diesmal mit einer anderen Farbe. Und ich weiß, dass es ein ziemlich schwerer Kampf ist. Fuck. Fuck. Oh nein. Nicht der Scheiß. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Fuck. Oh Gott. Ich bin tot. Das ging schnell. Ja. Es war ein schwerer Kampf. Nein. Ich will einmal das hier kaufen, bitte. Einmal ein Rewive. Einmal ein Heat Pot. Sehr schön. Ich kann das tun. Let's go. So. Lass uns losgehen. Das schaffen wir dieses Mal. Komm schon. Das ist so feige. Drei gegen einen. Beteiligen links. Oben. Boom. Weg mit euch. Hopp. 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 Fuck. Dieser Feuertyp nervt. Dieser Feuertyp. Ich sag's dir. Verpiss dich. Gott. Der macht so viel Damage. Ich bin tot schon wieder. Oh Gott. Dieser Feuertyp. Ich bin so aggro. Das ist unglaublich. Gut. Nochmal verkackt. Oh. Ich hab voll der Timer vergessen. Mein Fehler. Ich weiß nicht, wie lange wir schon spielen. Ähm. Ich schau einfach auf die Kamera. Moment. Ich spiele schon seit zwölf Minuten. Ich muss kurz den Timer stellen. Einen Moment, Leute. Gleich renne ich in diese Falle rein. Die wir eh schon kennen. Okay, Cora. Kannst ein bisschen chillen. Sehr gut. Wir haben den Timer gestellt. Los geht's. Und hier bist du ja. Ich muss den Feuertyp uns erst ausschalten. Der ist viel zu gefährlich. Okay. Feuertyp. 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 Hopp. 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 Oh fuck. Schon wieder dieser Feuertyp. Links. Rechts. Oben. Links. Und. Nach oben. Weg mit euch. Rechts. Links. Oben. Rechts. Counter. Links. Rechts. Oben. Komm her. Und runter. Und rauf. Und K. Oh, komm schon. Get down. Geh doch down. Hab ich ihn? Nein, du legst nochmal. Oh shit. Oh shit. Zum Glück habe ich einen Healport. Der ist wütend. Down. Okay, gut. Erdbändiger ist down. Feuerbändiger ist dran. Oh shit. Oh shit. Zurück schießt mich Erdbändiger auch noch vor denen. Ich muss den Feuerbändiger anvisieren. Gut. Beide weggeschleudert. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Healport. 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 Soll ich? Nein, noch nicht. Healport nicht verwenden. Geh mir. Weg. Friss das. Weg mit dir. Erdbändigen. For the win. Boom. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Healport. Gut. Friss das. Einer weniger. Oh mein Gott. Nach oben. Rechts. Oben. Counter. Rauf mit dir. Und runter mit dir. Und. Rauf. Und. Stein runter. Bam. Ausgeschalten. Boah. Das war spannend. Und leicht. Jetzt. Weil ich schon mittlerweile weiß. Oh hallo. Genora. Oh. Sehr schön. Auf geht's. Auf zum Südpol Leute. Okay. Wir müssen zum Südpol. Och nö. Schon wieder eine Naga. Laufmission. Okay. Wir schaffen das. Gut. Ah ja genau. Da wir jetzt Elemente zum Bändigen haben. Können wir die auch einsetzen. Um zum Beispiel ein Wasserschild zu machen. Da ein Wasserschild. Oder ein Double Jump zu machen. Also mit Erdbändigen. Hup. Langsam habe ich das. Hup. Hup. Komm schon. Wir schaffen wieder. Checkpoint. Hup. Aufpassen. Aufpassen. Schild. Nach links. Nach rechts. Punkte einsammeln. Punkte einsammeln. Sehr schön. Nach rechts. Runter. Runter. In die Mitte. Runter. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Das schaffen wir. Hup. Hup. Komm schon. Im ersten Versuch. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Runter. Links. Springen. Runter. Hui. Der Hund tut mir so leid, dass der so rutschen muss auf der Straße. Das muss urwehtun. Wow. Oh fuck. Oh fuck. Wir überleben. Oh Gott. Oh das war knapp. Fuck. Fuck. Nur nicht aus der Kontrolle geraten. Akito. Alles gut. Haben alles im Griff. Yay. Oh fuck. 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 Das wird intense. Boom. Geschafft's. Mit dem ersten Versuch unglaublich. Gute Arbeit Leute. High five. Okay. Wir sind jetzt bei den Docks. What the fuck? Oh komm schon. Counter. Nach oben mit dir. Boom. Counter. Nach oben. Die war jetzt schnell fertig. Ich weiß nicht, weil jemand diesen scheiß Roboter bekämpft. Oh Gott. Zwei. Elektro kann ich nicht ausweichen. Oh. Elektro. Eins. Zwei. Komm schon. Die mach ich fertig. Counter. Und nach oben. Gegen die Barrier. Genau. Frist. Damage. Eins. Zwei. Das Game ist easy. Komm schon. Frist den Stein. Oh Gott daneben. Hey. Warum flüchtest du? Eins. Zwei. Ich kann angreifen. Komm schon. Ich mach ich fertig. Ich frist den Stein. Oh Gott. Fast daneben. Hopp. 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 Eins. Zwei. Frist Damage. Ups. Ups. Hopp. Oh fuck. Doch nicht daneben. Oh fuck. Oh fuck. Shit. Lauf. 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 Komm mit mir, Bro. Hopp. Komm mit mir. Komm mit mir. Oh. Was tust du da? Was tust du da? Oh Gott. Oh Gott. Gehst du grad mit Autos auf mich? Junge, spinnst du? Verschwinde. Oh Gott. Komm schon. Einmal. Zweimal. Hoppa. Oh, du bist böse. Verstehe. Oh. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ha. Haben wir das alles gemerkt. Du Bastard. Uh. Keine Sorge, Leute. Du bist da ein. Habe ich das gespielt. Oh Gott. Ich brauche Leben. Einmal. Hoppa. Hoppa. Komm her. Warum laufst du mich weg? Hoppa. 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 Kaum. Oh fuck. Oh Gott. Blitz, 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 Blitz. Ich muss ihn schnell ausschalten. Oh Gott. Sehr gut. Danke, dass du mir Heelpots gegeben hast. Du Vollidiot. Hopp. Daneben. Sieh, mach ich. Fertig. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Das ist eine böse Kombo. Einmal. Zweimal. Dreimal. Du laufst mal weg. Das ist so langweilig. Eins. Zwei. Drei. Kriegst du auf die Fresse. Sehr gut. Oh. Besiegt. Oh. Wer ist denn das? Jetzt bist du aber nicht mehr so groß, oder? Erde Level Up. Sehr schön. Genau. Tu was. Boom. Ich tu dir aber weh. Du hast gesagt, dass er die Extraction hatte. Er war über eine verrückte Idee, die er hatte. Er sagte, er könnte deinen Chi oder was. Er sagte, die Ordnung wird aus dem Chaos. Ich habe dir alles, was ich weiß. Jetzt bitte, lass mich gehen. Okay. Bis dann. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Weg mit dir. Ich glaube, ich gehe auf den Südpol, um ein paar Antworten zu bekommen. Auf zum Südpol. Klingt nice. Wunderschöne Schiff. Gefällt mir. So. Ein paar Medaillen kriegen wir auch noch. Hey. Bonus Spirit NG. Nice. Sehr schön. Nächstes Chapter. Chapter 5. Aber ich gehe ganz kurz noch zum Shop, weil ich nämlich mir was kaufen will. Ich habe da ein ziemlich cooles Item gefunden. Das da will ich drauf sparen. Story. Ja, genau. Das ist ein langsam regeneriert sich dein Leben. Das ist ziemlich cool. Das ist auch cool. Alle Stunts sind weg. Was ist das? Cool. Das erhöht meine Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Das... Okay. Ich verstehe. Was ist das? Sometimes regiert ein Counter-Attack. Cool. Ein Counter. Was ist das? Du hast alles geholfen, aber deine Hälfte ist halb. Für Extrem-Mode. Witzig. Okay. Was ist das denn? Ich brauche dir wieder Heal-Pots. Den nehme ich mal. Einmal. Zweimal. Und noch einmal Heal-Pot. Dreimal. Sehr gut. Nehme ich. Ich danke dir, Iroh. Für deinen Shop. Ich brauche die Hälfte, bevor ich sie verwenden kann. Äh. Korras Wasser und einmal die Heal-Pots. Genau. Let's go and get them. Genau. Kapitel 5. Der Südpol. Ich brauche die Hälfte, aber ich brauche die Hälfte, aber ich brauche die Hälfte zu machen. Ich brauche die Hälfte, aber ich brauche die Hälfte zu machen. Komm schon. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh Gott. Links. Rechts. Oben. Und Counter. Weg mit dir. Was willst du, hä? Heini. Du pisst dich. Einer weniger. Gut. Der ist weg. Weg mit dir. Oh fuck, Mann. Hast du mich gerade gehauen? Hier. Fürst den Stein. Oh Gott. Oh nein, nein. Counter. Weg mit dir. Und du bist die letzte. Counter. Komm schon. Und runter. Und. Oh Gott. Links. Rechts. Oben. Die schalte ich aus. Und runter mit dir. Und. Oh fuck. Vorsichtig. Vorsichtig. Counter. Frisch die Erdbändigen. Ja, Genora. Was? Oh. 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 Fuck. 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 Ich sehe gerade, das ist die nächste Mission fürs Feuerbändigen. Ja, Leute. Da muss ich wohl hier. Vorheilig beenden. Das mit der Feuerbändigen lernen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, Leute. Fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Kapitel gefallen. Die Folge, wollte ich sagen. Also bleibt bis zum nächsten Mal dran. Da seht ihr dann, wie Feuerbändigen aussieht. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Sayonara. Und bis dann. Ciao. Tschau. Bis zum nächsten Mal.